Fresh geht es ab bei deiner nächsten Laufeinheit im New Balance Fresh Foam Boracay in seiner dritten Version. Komplett neu gestaltet ist sowohl das Obermaterial und auch die Zwischen- und Außensohle, in denen designtechnisch die Wabenstruktur immer wieder auftaucht. Fangen wir mit dem Upper an. Wie eine Socke sitzt das Obermaterial mit seiner Kombination aus Overlays und Mesh an deinen Füßen. Natürlich ist es atmungsaktiv, um auch bei intensiven Einheiten einen guten Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten. Für die Dämpfung und eine flexible Unterstützung ist die Fresh Foam Zwischensohle zuständig. Sie ist so gearbeitet, dass sie Komfort und Stabilität bietet. Zusammen mit der Außensohle, in der sich auch die Wabenstruktur wiederfindet, unterstützt sie deinen natürlichen Bewegungsablauf und die Flexibilität. Der New Balance Fresh Foam Boracay ist in seiner dritten Version ein neutraler Allrounder für alle Läuferinnen und Läufer, die einen vielseitigen und leichten Trainingsschuh suchen. Wenn du mit dem New Balance Boracay V3 auf die Laufstrecke willst, dann hol ihn dir in deiner Runners Point Filiale oder auf runnerspoint.com.